Leeres Papier liegt hier vor mir, der Reim ist so alt wie mir und dir, jedoch hat er, und das ist mies, an nackter Wahrheit nichts eingebüßt. Denn dieses Weiß verhohnpiepelt mich, es lacht mir schmutzig ins Gesicht, es weiß, dass ich so ein gereimtes Ding seit Tagen nicht zustande bringe. Was tun in dieser Situation? Wie komme ich hier raus? Was hilft denn schon? Ich nehme meinen Kopf in meine Hand und ramme ihn dreimal schön an die Wand. Es tut sich was, der Schmerz wird ein anderer. Sterne beginnen um die Rübe zu wandern. Ich zähle sie und teile sie durch acht. Nur weiß ich nicht, was ich jetzt damit mache. Also mache ich nichts und merke schon, ich habe dieselbe Situation. Doch insgesamt ein hübsches Erlebnis, nur ohne das gewünschte Ergebnis. Ich sitze noch immer vor meinem Blatt, auf dem keiner was geschrieben hat. Ich könnte es ja mal mit Gras probieren, worauf so viele Künstler schwören. Und Schafe auch und Kühe und Ziegen, die davon gar nicht genug kriegen. Ja, ganz nett und irgendwie süßlich. Jedoch bleibt meine Lage verdrießlich und hat sich sogar ein wenig verstärkt. Wie ich so nebenbei bemerkt, weil ich mein Zimmer seit einer Weile mit drei rosa Elefanten teile. Ich frage sie, ob sie mir helfen beim Reinen. Da grinsen sie blöd in ihr Elfenbein rein. Und einer, ein frecher Elefant, tippt mir an meinen Stirnverband und macht mir klar auf diese Weise, ich habe nicht nur ihn, sondern deren auch eine Meise. Dann tröten sie ein auf dem Rüssel drauf und blasen sich anschließend selber auf. Bis sie die Seifenblagen verploppen und diese bekloppte Strophe stoppen. So bleibe ich allein mit weißem Blatt. So weiß, so rein, so ärgerlich glatt. Doch warum quäle ich mich so sehr? Ja, Ruhm kriege ich doch auch woanders her. Ich filme etwas, was die Masse begeistert, bewegt, berührt oder gar erheitert. Ich reiße ein DHL-Päckchen auf und halte dabei die Kamera drauf. Ich fahre mit dem Auto und vollem Kaliber über eine Pfütze drüber. Ich gehe rückwärts über die Straße. Ich trinke aus einer Blumenvase. Ich schnüffel am Auspuff Dieselabgase, bis ich wie Helmut Schmidt Wolken ausblase. Ich renne mit dem Kopf und vollem Kaliber. Ach nein, das tut weh, das lasse ich mal lieber. Blöd, dass die rosa Dickhäuter nicht da sind. Mit denen im Fernsehen, das wäre der Wahnsinn. Und als Krönung von dem ganzen Trara stelle ich mich vor die Kamera und erklär mal, wie die Welt wirklich ist. Ohne Wahrheit und Fakten und lästigen Mist. Ich fange gleich morgen damit an. Oder übermorgen. Oder vielleicht irgendwann. Denn noch sitze ich hier vor dem weißen Blatt, auf dem keiner was geschrieben hat. Ich könnte mal die Grammatik verbiegen, um endlich einen Reim hinzuwuchten. Und sollte ich mir dann doch mal was rauswinden, könnte ich noch ein paar Zeilen schinden. Durch ein paar Tricks, die sich bewährt haben und das Zuhören aber nur selten erschwert haben. Ich könnte nämlich mal was wiederholen. Einfach, um was zu wiederholen. Ob sich das dann reimt, ist gar nicht so wichtig. Denn manches reimt sich ja doch nicht so wirklich. Und das fülle ich dann gewissermaßen mit Füllwörtern, die quasi sozusagen irgendwie vielleicht ein bisschen passen. Hübscher Gedanke. Doch auf meinem Blatt ist noch immer alles quasi sauber und gewissermaßen einigermaßen vollständig und total glatt. Ich fürchte, es ist so. Ich glaube es nicht, dass das noch was wird mit meinem Gedicht. Ich glaube es nicht,